Pia . Wir hatten uns bei Frau Gutsche getroffen das letzte Mal! Jetzt haben sie auch ihren Zwerg zeni Lillie! Lillie! Aber Julia! Ich finde jetzt nicht das. Hältst du mal kurz? Ja! Ja! Und du wirst vielleicht ganz wild spielen, wenn wir alles wieder essen. Lillie! Komm her! Da, 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 da! Ah, okay! Die sind der Hammer! Guck mal da! Ich will sie nicht! Die sind der Hammer! Die sind der Hammer! Guck mal da! Ich will sie nicht! Die sind der Hammer! Die sind der Hammer! Die sind der Hammer! Die sind der Hammer! Nein, dann, Lillie, sagen sie! Geh du schön spielst! Nein, 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 nein! Lillie! Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, ist sie! Ja, ist sie! Ja, ist sie! Hallo! Ja, du? Und ein Dackel! Und ein Dackel! Und ein Dackel! Und ein Dackel! Ja! Das sind die Dackel! Die Zucht! Ja, sie sind die Dackel! Eher ist sie! Ja, sie sind nicht! Doch ja, sie sind ja auch immer noch! Ja! Das ist auch sehr, sehr! Ja, das ist die Dackel! Ja, aber nicht ganz! Ja, ich bin noch ein Dackel! Ja, der ist nicht eher... Schlafen Ich bin jetzt einfach rausgekommen. Ja, ihr Lümmel hier. Alter Schwede. Ja, das war jetzt, glaube ich, eher so, meine ich so ganz. Ja, komm mal. Lili. 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 Zeigen Sie immer, was Sie in der Hand haben. Nehmen wir das Ganze noch als Bestechung. Schön, dass es nicht gut ist. Sie sind gerade super langweilig. Lili. Lili. Lili, guck mal. Lili, schau mal. Oh, guck mal. Ganz ruhig auflegen. Okay. Okay. Lili. Lili. Ach, ich habe meine schon wieder an den Zaun gehangen. Jetzt hol mal eben. Lili. 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 Lili.